Wir sind heute in Schaffhausen und hätten auch Manuel seinen persönlichen Bergtraum erfüllt. Leider ist der Gewinner dieses wundervollen Snowboard-Bergtraums krank, aber wir erfüllen natürlich seinen Bergtraum trotzdem und er bekommt zwei Ski-Tickets für Aarosa Lanzerheide von uns. Er ist wunderschön, er ist richtig gelungen, weil mit diesen Farben, das Blau, die Sonne, das gehört dann auf Aarosa und jetzt hier im Unterland ist es natürlich herrlich und das schätze wir sehr, dass auch das hier in Schaffhausen stattfindet kann. Die Kampagne läuft noch und noch hast du die Chance, deinen persönlichen Bergtraum zu gestalten und vielleicht ist dein Bild das nächste, was in Schaffhausen auf dem Bus sichtbar ist.